Die Overwatch später steht schon in den Startlöchern und damit auch alle fit ins Schlachtfeld springen können, werden wir uns heute nochmal die einzelnen Rollen mit genauer anschauen. Offensiv, Defensiv, Unterstützung und Tank sind hier die vier Rollen, die man auswählen kann und wir werfen in diesem Video kurz mal einen Blick auf die Tanks. Als erstes hätten wir hier Winston, der mit seiner Tesla-Kanone ordentlich Nahkampfschaden austeilen kann. Zudem kann er mit seinem Sprungantrieb auf höher gelegene Orte springen und einen Schildprotektor nutzen, um Projektile abzuwehren. Seine Ulti ist hier die Dschungelwut, mit der er die Gegner zu Brei stampfen kann. Der nächste Tank nennt sich Roadhog, er hat eine doppelläufige Schrotflinte, die er nach vier Schuss nachladen muss, einen Abschlepphaken, mit dem er in Mortal Kombat-Manier seine Gegner an sich ranzieht, das Item Verschnaufpause, das ihm bis zu 300 Leben zurückgeben kann, und seine Ulti Fleischwolf, die mittleren Schaden macht und die Gegner nach hinten dringt. Als dritten im Bunde haben wir Reinhardt, der mit seiner primären Attacke Raketennahmer im Nahkampf ordentlich Schaden austeilen kann. Zudem kann er frontal mit seinem Schild Projektile abwehren. Mit seiner Fähigkeit Ansturm hat Reinhardt die Möglichkeit, die Gegner an die Wand zu werfen und auch mit dem Feuerschlag auf weite Distanz Schaden auszuteilen. Seine Ulti ist hierbei die Druckwelle, welche je nach Abstand mehr Schaden austeilt und die Gegner zu Boden drückt. Der letzte Tank im Bunde ist Zarya, sie hat eine Partikelkanone, die man nach gewisser Zeit nachladen muss. Mit Rechtsklick kann man auch Partikelgranaten schießen, die Flächenschaden bewirken. Zudem besitzt sie eine Partikelbarriere, welches sie für sich einsetzen kann oder mit der Taste E auch auf andere projizieren darf. Ihre ultimative Fähigkeit hilft hierbei, die Gegner auf einem Fleck zu behalten. Das war's mit den Tanks, die derzeit zur Verfügung stehen. Schreibt mir doch euren Favoriten in die Kommentare und werft einen Blick in die anderen Videos, in denen wir uns die restlichen drei Rollen mit anschauen. Ich bin damit raus und wünsche euch noch viel Spaß im Schlachtfeld. Ich bin damit raus und wünsche euch noch viel Spaß.